Adobe erklärt, wie Sie von der Student & Teacher Edition profitieren. Das sind Schülerin Susi, Student Stefan, Unimitarbeiterin Ute und Realschullehrer Lehmann. Obwohl sie grundverschieden sind, haben sie doch zwei Gemeinsamkeiten. Sie sind super kreativ und super Sparfüchse. Denn sie nutzen die Student & Teacher Edition von Adobe bis zu 80% günstiger. Aber nicht nur der Rabatt überzeugt. Stefan verdient im Nebenjob mit der Profi-Software gutes Geld. Fit mit Bild- und Videobearbeitungsprogrammen zu sein bedeutet für ihn, aber auch für Susi und Ute ein dickes Plus im Lebenslauf. Und für einen Lehrenden wie Herrn Lehmann ist es unabdingbar, mit der neuesten Kreativsoftware zu arbeiten. Nutzen auch Sie die Vorteile der Student & Teacher Edition. Wie das geht? Ganz einfach! Holen Sie sich hier im Shop Ihre Adobe Software. Sie können damit sofort loslegen. Nun haben Sie 30 Tage Zeit, um auf Adobe.com eine Adobe ID zu erstellen und Ihren Bezugsberechtigungsnachweis hochzuladen. Ist der erfolgreich geprüft, erhalten Sie per E-Mail Ihre Seriennummer. Damit können Sie die Software dauerhaft freischalten. Machen Sie es wie Susi, Stefan, Ute und Lera Lehmann. Lassen Sie mit der Adobe Student & Teacher Edition Ihrer Kreativität freien Lauf. Interessiert? Die Student & Teacher Edition gibt's gleich hier im Shop.